Der Knapp Store ist für uns ein langer Mitteldreherautomat aufgrund seiner Geschwindigkeit und seines Volumens. Der Vorteil besteht garantiert auch darin, dass wir auf der gleichen Fläche eine deutlich erhöhte Anzahl an Produkten lagern konnten. Das heißt also sowohl die Artikel tiefer als auch die Breite. Innerhalb dieser damals vorhandenen manuellen Kommissionierbereiche konnten wir dramatisch steigern, deutlich steigern, so dass wir heutzutage bis zu 70 Prozent mehr Artikel auf der Fläche lagern können als vorher. Für uns ist natürlich wichtig, dass neben dem Auslagern auch das Einlagern funktioniert. Hier hatten wir dann die Möglichkeit mit der Einführung von Secure-Farm und auch dem Bereich des Eye-Scans einer 6D-Vorfilmung die Bahneingangsprozesse deutlich zu verbessern. Der Vorteil ist, dass wir mit dem System nicht nur in der Lage sind, die QR-Codes zu identifizieren, sondern sowohl aufgedruckte als auch eingestanzte Chargen- und Verfalldaten. Das heißt, wenn auch im Bahneingang ein Mitarbeiter gegebenenfalls mal eine falsche Information in das System eingetippt hat, korrigiert das System vollautomatisch diese Fehleingaben. Das heißt für uns natürlich auch die Fehlerhäufigkeit und damit auch das Thema Abschreibungsrisiko hat deutlich abgenommen. Unser Systemlieferant ist ja die Firma Knapp. Das heißt, wir arbeiten im Endeffekt komplett im Bereich der Fördertechnik mit der Firma Knapp. Wir haben noch Schnelldreherautomaten, die natürlich ein anderes Produktsortiment abdecken. Wir arbeiten parallel noch mit dem sogenannten RFX, das heißt der manuellen Handy-Kommissionierung, die dazu auch beiträgt, dass wir Greiffehlerquoten kleiner 0,01 Prozent haben. Wir haben ja die Schwierigkeit gehabt, dass wir in ein bestehendes System eine neue Technologie installieren mussten und der Knapp-Store als Systemlösung, auch für der Firma Knapp, von der wir sowieso die restliche Technologie haben, bot sich natürlich an und die Aufgabe stand da drin, innerhalb des laufenden Prozesses die Integration dieses Systems durchzuführen. Das heißt, im Rahmen des Materialflusses brauchten wir keinerlei Veränderungen durchführen und sind somit in der Lage, einen deutlichen Anteil an langsam drehenden Packungen zu kommissionieren. Und Stand heute, fast jeder Behälter, der unser Haus verlässt, muss einmal durch den Knapp-Store. Aber als der Knapp-Store Untertitelung des ZDF, 2020